so hallo liebe leute ich grüße euch wir machen die welt zentralbank ja nicht in diamanten auch nicht das auto denn da bin ich noch nicht so weit aber dafür hier das ist eine map die macht mich mental einfach fertig so okay wir müssen die bank direkt versuchen hier ist er okay das ist sehr gut das ist wirklich hallo wo bist du das heißt der tresor ist auf einer seite um den tresor aufzumachen brauchen wir natürlich erst mal den schlüssel denn in diesem raum wofür dieser schlüssel ist befindet sich an sicherungskasten dadurch machen wir die metalldetektoren aus und wir müssen hier auf diese seite sind computer ein code finden für den tresor ich gucke jetzt was er da macht denn die laufen manchmal da hoch du kommst nicht hier hin gut jetzt stellt er sich dahin so also ich glaube zwei wachen sind es die hier immer rumlaufen das hier ist ein zirkel einmal oben und hier unten und genau das wollte ich jetzt so die sensoren die werden mir helfen später so da ist der raum das ist natürlich sehr unglücklich jetzt also für mich für mich ist es immer gut wenn der raum auf der anderen seite ist ich zeige euch gleich wo der sein könnte noch halt auf der anderen seite hier oben manchmal steht der direktor hier der balustrade da kann man auch den wachen ausweichen denn die gehen dort nicht entlang da ist der kamera raum wie oft bin ich hier schon da um die ecke gelaufen und die kam mir dann natürlich entgegen und das hier ist jetzt übrigens auch schon ich glaube der fünfte versiehen weil ich die wachen einfach nicht sehe das ist echt frustrierend also für mich manchmal steht er da so hier kann man sich dann auch noch mal verstecken roter knopf jalousie aber hier sind manchmal auch leute drin also das ist immer verschieden hier jetzt will ich da auf der anderen seite noch es ist natürlich doof jetzt sich die wachen nicht weil die hier da ist die andere treppe die hoch führt da ist niemand hoffentlich kommt er mir jetzt nicht entgegen dann haben wir das schon mal abgesichert da kommt da kann ich mich hier verstecken so lange okay er geht da rein da hinten ist der der da rumläuft ne da der der so ist der jetzt er geht jetzt in die büro ein telefon der ist da jetzt rein gegangen ist das bitte und da ist der kasten manchen ist hier auch nur so ein strom ding je nachdem wo der band direktor stehen schalte ich die kameras aus oder nicht jetzt habe ich ihn schon unten gehabt manchmal steht auch hier drin alleine oder halt mit mehreren leuten zusammen auch nicht sondern halt alle fesseln denn der typ der da immer in die da sind noch zwei räume da da läuft er immer rein und der nervt richtig hardcore werdet ihr sehen später warum jetzt habe ich die möglichkeit den auszuschalten das ist der typ der untergeht da waren jetzt aber auch kameras was richtig blöde ist lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala oh, okay, so einer ist unten und einer ist oben gut also das ist der zweite der hier die runde läuft Oh, einer ist jetzt reingelaufen. Die Kamera guckt hier hin. Okay, und die andere? Die guckt nach vorne. Das ist doch... Jetzt kommt der Typ da hoch, dann ist doch jetzt nichts zu fassen. Okay, ich mach's. Lauf, 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 lauf. Oh, Mama. Help me. Okay, einer ist sehr wenig. Gut. Was jetzt hier einer? Nein, nein. einmal kurz luftschlappen die man die macht mich fertig wirklich da ist eine kamera übrigens okay ich sehe die wachen einfach nie das ist unfasslich das piepen kommt wenn man den laberkopf ausschaltet ich stehe 15 meter vorne und der sieht mich einfach nicht oder wo ist der jetzt nicht hat der manchmal laufen die lang das muss ich auf die kamera aufpassen das war das richtige bieten das heißt wir können jetzt hoch in der päckchen oder ist das muss ich ein bisschen warten denn die dame lässt sich zahlt denn unten stehen zwei wachen die die gleich wegschickt so die gehen jetzt weg das sagt die richtige weiße jetzt muss ich aufpassen jetzt hier nicht einfach runter springen das ist mir schon passiert da bin ich den nämlich direkt ins gesicht gesprungen ja und da war das spiel vorbei deswegen mache ich manchmal so das sind die direktoren die man ausschalten muss die gates protect the vault area you have the code right gut aber gut mit der kamera dass sie nicht hier hinguckt das müsste ich jetzt immer so stehen so jetzt geht's los hier in diesem bereich befinden sich drei wachen so die kamera schaut noch dort und die kamera guckt noch hier ok haben wir doch noch mehr ja die schaut hier hin so da hinten eine wache nicht zwei wachen gehen gerade nach hinten da hinten ist der kameramann und in diesen durchgängen wo der jetzt hoffentlich durchkommt ich hab da gerade eingesehen einer ist da ok 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 das ist jetzt echt blöd der steht da glaube ich ne oder da weiß es nicht ich muss mich jetzt halt nur beeilen ich muss mich jetzt halt nur beeilen hit the floor now and stay down that's right stay still hit the floor now down hit the floor so jetzt muss ich schnell sein ach nico das ist doch scheiße nothing to report control nothing at all it's dead quiet here got no time to talk man i'm keeping watch ich habe ich jetzt entschuldigung wenn ich gerade gefühlt habe aber das meinte ich das macht mich einfach fertig warum kommt er ausgerechnet in dem moment hinterher und dann habe ich noch einen fehler gemacht wie ihr gerade seht das sind dann so viele fehler aber dann wie ich habe ich schon gravieren so ein tüten ordnung muss sein so jetzt habe ich aber nachher ein problem aber erstmal müssen wir soweit kommen augenblick wo habe ich jetzt echt glück gehabt echt wirklich glück entschuldigung wenn es gerade ein bisschen lauter wurde so wir brauchen jetzt zwei schlüsselkarten eine liegt da auf den tisch lag gerade keiner ich hoffe das ding ist jetzt nicht buggy da liegt es sogar so eine kommt da rein ich warte jetzt einmal bis der timer abgelaufen ist komm listening geht es ja voll ach das was das ist superstition So, und wie sie sich da für eine Weltbank, Zentralbank gehört, natürlich alles aus Gold. Hätten sie den auch noch hier aus Gold machen können. So, ich nehme jetzt nur das nötige. Ja, klein Geld einkassieren. Ha, 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 yes! Sie! Oh, meistens ist hier noch so'n Ding, genau. Let's get out of here, man! Na. Ja, wer denkt, wir sind jetzt schon fertig? Nee, 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 wir müssen ja hier noch raus. So, und mal vier, fünf, sechs, drei, acht, äh, 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 äh. Muss ich mehr da mitnehmen oder wat? Okay. Ich meine, acht Taschenbahns, oder? Na gut. So, ich nehme jetzt auch nur das Minimum mit, sonst laufe ich jetzt hier... Faster! Ja, kein Stress. Das ist auch so'n Ding, sich drehen mit dem Controller, ne? Deswegen, solche Spiele, immer Maus und Tastatur, ey, ohne Spaß. Wie viel haben wir jetzt? Das ist drei von acht. Es sind, glaube ich, immer 14 Haufen da drin. Na, guck mal hier, schöner Fahrstuhl, vielleicht schwere Gold. So, Nummer sechs, zwei Taschen noch und dann machen wir einen Abgang. So, okay. Letzte Tasche. Wie gesagt, das mei, jetzt aus zeitlichen Gründen, ne? So. So, und jetzt ohne Scheiß. Warum rutscht man nicht da hinterher? Da hinten ist übrigens, habt ihr gesehen jetzt noch, ne? Warum rutscht man hier nicht hinterher? Okay, gut. Gehen wir zurück. So, das ist es? Ja. Du hast, was du gekommen bist? Komm, folge mir. Da kommt gerade einer runter, einer geht hoch. Okay. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Nein, du sollst den ja markieren. Ist jetzt nicht dein Ernst? Dann ist jetzt nicht dein Ernst. Oh, er geht jetzt auch wieder hoch, oder was? Hey, watch it. Stay off that camera. Hey, there's a guard there. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo die hier alle sind. Was sehr schlecht ist. Also, hier schon mal nicht. Nicht, dass mir jetzt hier einer entgegenkommt. Hat sie die Tür auf? Wo ist sie denn jetzt? Wo ist sie denn jetzt? Wo ist sie denn jetzt? Wo ist die Frau? Da kommt sie. Ne, doch. Oh, da sehe ich noch ein Päckchen. So, komm, mach auf. Beall dich. Gehst du weiter? Nein, er kommt zurück. Ich hoffe, er sieht mich hier nicht. Jetzt komm ich hier nicht rein. Geh einfach. Ich werde wahnsinnig, Leute. Ich werde wahnsinnig. Jetzt geht er wieder zurück. Willst du mich verarschen? Geh einfach. Geh einfach. Geh einfach. Geh einfach. Geh einfach. Geh einfach. What the fuck? Wo kommst du denn jetzt her? So, manchmal ist das Schlüsselraum. Auch hier. Dann könnte man sich da schön... Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Die Frau macht mich fertig. Die Frau macht die Tür auf. Hey, watch it. Get inside. Ich bin hier immer super nervös. So, Leute. Jetzt muss ich hier zum Mittel greifen, der mir überhaupt nicht gefällt. Dann wird auf uns gutchauen. Wenn Sie uns in den Jungen gehören können, dann geht es auf uns! Wenn wir die Terror stellen werden. Dauw! In der Maafsung. Dauw! 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 Ach, ja. So. Das hat einen Grund. Ich werde unten Ewigkeiten brauchen. Bis das Geld verstaut ist. Und ich kann die unmöglich in Schach halten. Was ich sehr schade finde, wenn man alleine ist. Wäre man jetzt zu zweit, könnte einer hier oben die Leute in Schach halten. Und einer packt die Taschen unten ein. Na? Das ist etwas, was ich gar nicht gerne mache. Man kommt hier natürlich auch ungesehen durch. Aber da fehlen mir die Skills für. Irgendwie so springen und so was. Keine Ahnung. Die beiden hier haben keine Pager, Gott sei Dank. Die sind aber auch nicht immer da. Ja, das kriegst du haben wir jetzt weg. Jetzt müssen wir eben noch zwei Minuten warten hier. Dass sie dann nicht dann hingehen und sagen, irgendeine Vorbereitung, jo. Hier nehmt euch mal zehn Kabelbinder noch mit, dass man die direkt von Anfang an hat, so dass man die hier nicht, wenn man alleine spielt, über die Wupper schicken muss. Das finde ich echt schade dann so was, dass dadurch ein Malus entsteht, halt in Form von Geldstrafe. Das tut mir echt in der Seele weh, dass ich die machen musste jetzt. Es sind Pixeln, aber trotzdem, muss nicht sein. Da kann man echt in der Vorbereitung sagen, jo, pass auf Leute, nehmt dich reinigend damit. Eine Minute noch, dann können wir weiter. Ja, im Vorfeld ist mir hier was passiert. Das hier ist übrigens jetzt, lasst mich lügen, siebter, achter Anlauf. Also läuft nicht immer alles glatt. Ist klar. Dann gehst du um die Ecke, dann steht auf einmal eine Wache vor dir. Alarm. Also ein bisschen Glück brauchen wir schon. Und im Vorfeld ist mir was passiert, das werde ich wahrscheinlich danach nochmal hochladen. Dann muss ich dann aber nochmal ein bisschen kürzen. was mich dann richtig hart geärgert hat. Oh, jetzt kassieren wir nochmal richtig ab. Na ja, auch nicht wirklich. Gut. Na ja, das ist unmöglich für mich. Ja, beruhig dich, ich geh doch schon runter. Unmöglich für mich, die Leute da im Schach zu halten. Dann hier runter rennen, einen Sack eintüten, wieder hoch, die wieder down zu bringen. Na ja, in der Zeit haben sie die Cops gerufen, deswegen muss ich die alle machen jetzt. Wäre man mindestens zu zweit, könnte man das vermeiden, indem dann oben einer, wie gesagt, die Leute in Schach hält und der andere packt ein. Achso, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Geld, aber es sollte ja eigentlich... Moment, wie viel? Was? 7500? Dafür mache ich das? 7500, ist das euer Ernst? Was war das denn? Das sah so gerade aus wie so ein lila Päckchen. Ich bin doch auf Todesurteil, oder? Es ist Zeit, zu gehen. Los! Haha, silent und deadlich. Guck mal. Ihr seid doch verdammte Gäste. Insiderabel gut für dich, Gäste. Gut gemacht. Er wollte die Gegend... 60.000, die verarschen mich doch! Bin ich hier... Doch, Risiko, Todesurteil, oben, rechts. Was ist das denn? Das muss ein Bugs sein, Leute. Das tut jetzt richtig weh. Hello. Äh, hello. Ja. Tschüss, Leute. Wir sehen uns entweder beim Diamanten oder im Audehaus. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.